Hallo Menschen und herzlich willkommen, euer Senseless Survivor wieder hier und ja, heute gibt es wieder einen älteren Raid aus dem letzten Vibe mit Sascha. Leider lief es für ihn nicht so gut, es ging fast nach dem Motto von Mad Max, zwei gehen rein, einer kommt raus, der rausgekommen ist, war ich, Sascha blieb leider auf der Strecke. Für mich war es ein schöner Raid, ein lootreicher Raid und ja, schaut es euch am besten an, wünsche euch viel Spaß dabei, lasst mir gerne ein Abo oder Liked da, wenn ihr mögt, würde mich riesig freuen. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Video, bis dahin, euer Senseless, tschüssi. Oh, er hat es gut gemeint mit uns. So, schnell Pille rein. Dann rennen wir mal schnell zum Resort. Gibt es eigentlich noch einen Besserungsform? Ich glaube davon an. Ich kann es dir nicht sagen. Naja, du kannst halt noch schneller sein, wenn du dir den Stim reindrückst. Ach so, ja, das stimmt. Ich glaube links hier, der an der Hütte im Hügel, da ist ja auch so ein Sporn, ich glaube, der dürfte schneller sein oder ungefähr genauso schnell. Du müsstest da die Berge hochspringen, die Felsen. Ja. Irgendwas habe ich gehört von links. Links? Ja, irgendwas ist eingeschlagen, Schuss oder so. Äh, das, ach, okay. Ich habe nur, äh, Visier umgestalten. Wollen wir schon durchlaufen? Boah, Scheiße. Ja, ich würde aber lieber rein. Ja. Alter, ich habe, es ruckelt es bei mir wie Sau, was ist denn jetzt los? Bei mir nicht, aber die Oster ist weg. Oh, jetzt hat er sich wieder. Wollen wir hier zum Mittelkant? Ich wäre beschossen. Ich wäre, glaube ich, von hinten beschossen, oder? Ich bin mir nicht sicher. Was, was du... Ja, das war hinter mir, hinter mir. Hast du eine Vector oder so? Oh, nein. Erd. Lebst du noch? Na, er, aber es ist irgendwo hinter uns. Granate? Boah, ich glaube auch von vorne. Läufst du? Ja, ich laufe hier an dieser Hütte, an diesem Hausmeisterhäuschen. Ich sehe ihn nicht. Wo bist du, Sascha? Ja, ich liege da mal direkt an dem Zaun. Da, wo wir langgekommen sind. Ich höre dich links von mir. Ich gucke wieder in Richtung, wo wir hergekommen sind. Ja. Scheiße, der sieht mich doch, wenn ich da rüber renne. Ja, ich kann mich halt auch nicht wirklich bewegen. Dann bin ich weg. Das war eine Vector, oder? Ich denke mal, ja. Kein Spielzeug. Das ist nicht gut Kirschen essen. Puh. Was mache ich jetzt, Alter? Was mache ich jetzt? Ja, Mensch. Ich vermute, wenn ich aufstehe, bin ich tot. Ey, Mann. Scheiß, Tür aber zumachen. Ich geh auch noch mal eine Net raus. Nachdenken. Ich könnte höchstens hier an der Mauer runterspringen und ihn von außen holen. Ich bin irgendwo bei dem Spielplatz da rechts außen. Ja. Ich habe noch 120 Minuten. Pan-Killer. Ich gucke raus. Holz bist du, gell? Ich bin jetzt rechts von dir am Zaun, außerhalb. Okay, ich stehe jetzt auf. Ja, da ist irgendwo weggegangen. Jetzt auch nicht, dass er irgendwo im Gebüsch hockt. Hm. Wollen wir wieder rein? Ja, ich würde hier vorne die Ecke gerne noch checken. Okay. Ich würde ja auch, ja, ich würde hier gerade an Dings vorbeilaufen und vorne rein landen. Nein, ich denke mal, da ist der lang gelaufen. Der würde vermuten, der ist Richtung Admin gelaufen. Okay, okay. Weil sonst hättest du ihn ja mitbekommen. Beziehungsweise ich hätte ihn ja mitbekommen. Ja, das stimmt an Dings. Äh, ich hätte vielleicht vermutet erst zurück und unten lang und... Kann auch sein. Die ganze Situation gefällt mir schon überhaupt gar nicht. Ja, überhaupt nicht. Mittlerweile könnten auch schon andere im Ressort sein und... Willst du außen lang laufen, am Ressort oder rein? Trinne rein. Trinne rein. Okay. Aber wie gesagt, ich bin... Auch gelost bei sowas. Musst du dich flicken? Nein. Ich bin hängen geblieben. Also an der Wand, meine ich. Ich würde mal versuchen, aufs Dach zu gehen. Okay. Ich höre auf Steps. Oder bist du das? Ich bin oben. Nein, ich habe auch Steps. Bleib mal stehen. Ne, das sind Schüsse jetzt. Tür hinten ist zu. Bist du auf dem Dach? Ich bin Dach, ja. Ja, ich komme hoch. Das ist Admin hinten. Okay. Das Dach-Experiment, Leute. Scheiße, in der 3, gegenüber. Hat er dich gekillt? Ja, gegenüber. Ost-Westflügel. Scheiße. In der 3, wenn du den Gang reinguckst. Gut, dann bin ich auf jeden Fall mal raus. Gut, Sascha. Ich danke dir fürs Spielchen. Ich sage danke. Ich danke dir. Gut, das gelingt noch. Danke. Tschüssi. 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 Ich habe halt null Tunst von dieser Map. Also, in diesem Ort. Ich glaube, ab und zu mal Meier gucken reicht nicht. Ich habe halt null Tunst von dieser Map. Für den hat es gereicht. Der wird geschröpft, Leute. banco, Kip, 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 Kip. Natürlich die Golnick ist die bessere Munition, aber die M4 hat die höhere Kadenz. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, ich sag mal ja Casey, aber ich weiß es noch nicht so genau. Kommt aufs Wetter an. Schöpfe Oi, 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 Oi Ja, 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 ja. Geht doch keine Sau hier rein, oder? Gibt es doch nichts. Granatenkill, sehr schön. Ja, ja, ja. So, wo muss ich überhaupt raus? Okay, sieh, ich bitte dich. Das ist alles nur Glück. Alles nur Glück. Naja, man spielt halt und es entwickelt sich halt irgendwie automatisch. Tunnel, Rock Passage. Rock Passage könnte ich riskieren. Rock Passage ist zu. Das ist kacke. Müssen wir doch zum Tunnel raus. Aber die ganze Map. Man kriegt aber auch echt das Taus. Was war da hinten anders? Schüsse, Schüsse. Weiter weg. Man kriegt aber auch das Tausendjahrt-Stachen hier bei diesem Grün-Pot-Zeugs. Immer ins Gebüsch rein. Gucken. Und dann geht's noch mal. Und dann geht's noch mal. Und dann geht's noch mal. Also geht's noch mal. Yes, yes, geiler ran! Schönes Ding. Schade, Sascha auf der Strecke geblieben. Aber wieder einen Granatenkill, jetzt brauche ich bloß noch drei, dann habe ich die nächste Quest. So, nebenbei nicht abgehakt. So, was sagt die Uhr? Kein Schlundfluss für die Uhr ist drin.